Ich fasse es immer noch nicht, dass wir sowas Schönes gehabt haben. Dieser Moment mit Miki, dass wir mit allen Hütern gespielt haben. Auch mit Lee, das hat mich am meisten gefreut, weil das ist so ein Ding, das habe ich mir schon länger gewünscht. Die Interaktion zwischen Roxas und Ventus, das ist die einzige, die ich irgendwie so richtig hören konnte. Und es war so toll. Und da ist sie ja. Hi. Haben wir dich wieder zurückgeholt? Oh mein Gott, kriegen wir sie jetzt etwa auch noch einen Kuss? Wer jetzt auch noch einen Kuss kriegen, schreie ich. Lau, kiss! Nee, sie hacken sich nur. Aber das ist auch schön. Oder haben sie sich jetzt... Nee, nur gehackt. Trotzdem. Oh, schön. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Könnt ihr wenigstens mal, dass sie wiederkommen? Und sich wieder getroffen haben? Und Sora sie gerettet hat? Oh. Das heißt, die beiden wollen jetzt gegen... Oh Gott, das ist jetzt auch nochmal so ein gerüsteter Seer-Nord, oder? Ist das wieder so ein Seer-Nord mit Rüstung? Ja, es sieht so aus. Diese geile Rüstung. Oh, verdammt. Oh. Gott, der Hintergrund sieht auch so schön aus. Wir landen jetzt einfach. Ach ja, in den Trailern kam das ja vor, dass man auch teilweise als Kairi spielen konnte. Ich dachte, das wäre für ein Angriff. Oh mein Gott, wir spielen als Kairi. Wir kriegen so auf die Fresse, aber wir spielen als Kairi. Los. Von wegen, please work. Das ist gut. Und sieben Wünsche. Okay. Ich muss mir diesen... Ui. Wie dodged sie? Ah, es ist ein Light-Dash. Alles klar. Und sie hat eine Schnell-Teleportationsfähigkeit, wie es aussieht. Wow. Weiche aus. Äh, Vigra, Vigra. Los. Oh. Sora hatte mich schon geheilt. Hat sie... Ja, sie hat einen Shotlock. Sehr gut. Und... Wow. Nochmal. Ah, scheiße. Komm schon. Light-Dash. Oh. Sehr gut. Ah. Nein. Überflex. Okay. Ich muss, glaube ich, noch überlegen, wie ich mit... Okay. Stell dir sicher, dass du dann Kombos machst, wenn du Lücken hast. Ja, ist klar. Und das Ding ist... Der hat wahrscheinlich mehrere Phasen, oder? Oder? Ah. Okay, wir können also am Anfang des Kampfes immer wieder auswählen, ob wir Kairi oder Sora haben wollen. Also ich versuch's jetzt noch ein paar Mal mit Kairi. So ein bisschen zumindest. Wow. Äh. Heilen. Ausweichen. Weil ich will einfach sehen, was Kairi drauf hat. Oh. Das war das Ding aus dem Trailer, was ich gesehen hab. Das war ihr Shotlock. Alles klar. Wow. Sora, heil mich. Danke. So. Jetzt sieben Wünsche. Angreifen, 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 angreifen. Das ist so ein bisschen wie Schallschock. Okay. Cool. Gut zu wissen. Die Angriffssounds von ihrem Schlüsselschwert, finde ich aber auch sehr cute. Wow. Sie hat Gotcha drin. Als Kampfruf. Wie cool ist das denn bitte? Wow. Und sie hat tatsächlich auch die, ähm, Basiselemente drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Eis, Feuer und Blitz. Alles klar. Aber sie hat momentan keine MP, also bringt mir das jetzt eh nix. So. Sora, greif doch auch mal an. So. Nochmal. Angriff, Angriff, Angriff. Moment. Ein Herz. Machen wir das mal. Oh mein Gott, wie cute ist das denn bitte? Oh, die Federn. Das sah so schön aus. Das sah irgendwie voll cute aus. Aber, äh, ja. Ich bin irgendwie das ganze Gleiten von Sora gewohnt. Ich muss erst mal lernen, wieder zu dodgen. Ich hoffe ja, Kairi kriegt irgendwann auch Gleiten. So, heilen. Moment, Sora hat gerade gesagt, you are through. Nein, ich gebe nicht auf. Hör auf zu lachen. Ah, nein, 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 nein. Oh, come on, Kairi. Weich aus, weich aus. Ah, scheiße. Sora, heil mich. Danke. Äh. Komm schon. Ja, es sieht ziemlich genau aus wie Scheilschock. Sehr geil. Sehr gut. Seine Rüstung kriegt Risse. Oh, man sieht sein Gesicht da drunter. Wow. Fie. So, werfen wir mal weiter an. Oh, sehr geil. Kombo-Angriff mit Sora. Sowas ist awesome. Moment, verstehe ich ihre Attacke richtig? Sie schleudert ihr Schlüsselschwert, geladen mit Magie auf ihn und teleportiert sich dahin? Das ist verdammt cool. Also, wenn Kairi noch ein bisschen übt, dann wird so ziemlich krass. Oh, wie schön ist das denn bitte? Die Erinnerung! Das war doch aus Kingdom Hearts 1. Oh Gott. Ach du Scheiße, lauter Planeten. Und, Moment mal. Ist das ein normaler Mond? Ein normaler Mond? Ein Vollmond? Wo ist Kingdom Hearts hin? Äh? Wo ist Kingdom Hearts hin? Ach so, da ist Kingdom Hearts und da ist ein normaler Mond. Was hat das zu bedeuten? Oh. Das klingt gar nicht gut. Oh Gott, Zora ist K.O. Ähm. Higra. Oh, es heilt Zora nicht. Alles klar. Ich weiche mal alleine diesen fetten Meteoriten aus. Fuck. So. Ja, ihr Dash ist noch nicht so wirklich der Beste. Aber er ist okay. Äh. Oh, komm schon. Nein! Ich wollte gerade ein Highlight im Schmeißen. Okay. Letzter Versuch mit Kairi. Danach versuche ich Zora. Weil, ich glaube, ähm, Kairi ist so ein bisschen der Hard-Mode. Aber ich wollte es halt wenigstens dreimal mit Kairi versucht haben. Wenn es jetzt halt... Oh! Oh, wir fangen tatsächlich gleich in der nächsten Phase an. Das ist gut. Das heißt, wir könnten rein theoretisch von Phase zu Phase wechseln. Alles klar. Au. Alter, deine Feuerangriffe sind fies. So. Sehr geil. Die Kombi-Angriffe mit Zora. So. Nochmal. Ein Herz. Mit diesen wunderschönen Flügeln. Ehrlich. Wo haben die die Flügel her? Oh, die Zeichnung in der Höhle. Also, wenn sie das beim ersten Mal auch schon gezeigt haben, ist es mir vorher nicht aufgefallen. Aber naja, wir haben hier so ein richtiges Power Couple. Wie es aussieht. Oh Gott, die fetten Meteoriten. Ich hab Angst. Oh, da ist wieder dieser normale Mond. Dieser Vollmond. Ich frage mich nur, was der zu bedeuten hat. Shit. Fuh. Ach. Dang it. Na komm schon. Wo bist du schon wieder, Seanod? Da ist er. Nein. Okay, gut. Jetzt mach ich's mit Zora. Jetzt ist es mir wurscht. Ich wollte Kairi austesten. Also, ich muss wirklich sagen, ihr Moveset ist sehr interessant. Also, was ich persönlich an Kairi finde, ist, sie braucht einen besseren Dodge. Gleiten würde ihr auch nicht schaden. Oder zumindest ein etwas besseres Sprungverhältnis. Also, man merkt, dass sie Anfängerin ist. So, ich nehm Zora. Sehr gut. Wow. Na, nicht wirklich Insolence. Mal sehen, wie Kairi sich als Support-Charakter schlägt. Lichtform. Sehr gut. Aber ich fand's gut, dass Kairi wenigstens versucht hat, ihm auf die Fresse zu geben. Auch wenn ich sie nicht gut spielen kann. Muss ich wirklich sagen. Also, vielleicht... Hat er mich gerade Moron genannt? Hat er mich gerade Moron genannt? Du bist ein Moron. Oh. Du kleine Miese. Ich konter dich jetzt mal schön aus. Ich hoffe, ich hab ihn getroffen. Ja, mit Gleiten kommt man durch diese Meteor-Attacke ein bisschen besser durch. So. Wah. Äh, heilen. Dankeschön. Ich geh jetzt mal trotzdem in die Wutform. Nein, ich gebe nicht auf. Ähm, scheiße. So. Ein Herz. Ach was, ein Herz kann einen sofort aus der Wutform rausholen. Interessant. Sehr gut. Oh, der Glücksbringer. So cute. Ich mag den Glücksbringer ja voll. Sehr gut. Nochmal Lichtform. Ich hoffe, ich kann nochmal ein Herz proggen. Äh, ich hab übrigens falsche Dings gedrückt, wegen den anderen Shortcuts, weil Kairi hat ja auch andere Shortcuts. So, äh, mal sehen. Kann ich? Sehr gut. Ich möchte, dass Kairi da ist. Dass wir unter Umständen... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Los. So, verbundene Herzen. Let's go. Ich frage mich, was für eine geile Attacke sie gegen Ende nochmal raushauen. Wirklich. Oh, das sieht so süß aus. Oh. Oh, die ganzen Schlüssellöcher. Heißt das, die rufen ihre Kollegen oder was machen sie da jetzt? Ne, es sind einfach nur... Oder? Sind die anderen jetzt da, oder? Ja, die anderen sind da. Oh mein Gott. Wieso erinnert mich das an dieses eine Intro? Wenn Sora jetzt die Pose macht, dann dreh ich ab. Wir sind alle da. Erstmal retten wir Miki. Weil Miki ist K.O. Immer noch. Oh, wir sind wieder zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie machen die Posen. Ja. Wie in dem Dream Drop Distance Intro. Oh mein Gott. Und die Musik dazu ist auch so schön. Oh. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, das war's für dich. Und das ist alles wieder normal. Oh Gott. Das ist spättraurige Musik. Irgendwas passiert jetzt. Ah, sie verschwinden beide. Und... Deswegen. Jetzt verstehe ich's. Genau, wert euch, wert euch. Wir sind jetzt im Final Boss. Wir sind jetzt am Ende vom Final Boss. Ihr versteht, glaube ich, warum. Wenn nicht, erkläre ich's gleich nochmal. Falls Credits kommen. Wenn Credits kommen. Genau. Alter, wie nebenbei noch dieses... Dieses Final Geräusch kommt, wenn man den Boss besiegt. So gut. Gut. Gute Frage. No. Ja, Kingdom Hearts verschwindet wieder. Das ist gut. Aber ich frag mich immer noch, was der Mond in dem Kampf zu bedeuten hatte. Let's go follow Sora's Heart. Ja. Achso, er findet selber ein Portal oder was? Ach nee. Sie folgen ihm. Alles klar. Boah, das sieht so schön aus. Ich hab einen neuen Item Slot gekriegt? Nice. Find ich gut. Dann kann ich mich ja ein bisschen besser auf gewisse... andere Sachen vorbereiten. Wir sind in der Final World, oder? Sie zumindest... Ja, Final World. Ja, ist es auch. Die Welt ist schön. Nein. Sora. Oh Gott. Er hält sich irgendwie noch zusammen. Hm. What's wrong? Well, my friend should be here, but... Hey! Jirithy! Ja, wo ist er? Komm her. Tauch auf. Oh, da ist er ja. Hi. Hey. Hey, why didn't you say something? I was just trying to give you some privacy. So nach der Devise. Ja, ihr zwei seid doch hier. Now kiss. Oh, likewise. I'm glad you're okay. Oh, so cute. What? Chirithy, we're heading home. You should come with us. What? Take it from me. It's not enough to wait for someone you care about. It's true that hearts are connected wherever you are. If it's impossible to be together, then all you can do is wait. But if it is possible to be together, then that's how it should be. Sora. Hmm. This really is a beautiful place. But you'd enjoy it so much more with someone you care about. Hmm. When I was looking around with Kairi, I remembered how important it is to share moments with friends. Oh. That's why you're coming with us. I'm taking you to see your friends, Jirithy. Er weint. Irgendwas sagt mir, dass das nichts Gutes bedeutet, dass er ihn mitnimmt. Ich weiß nicht. Wieso ist er überhaupt in der Final World? Das frage ich mich ja auch. Und wir sehen nochmal die coolen CGI-Szenen am Ende. Pluto! Er macht immer wieder den Moment kaputt. Wenn ihr übrigens jetzt keine Musik hört, sorry. Och, wie süß. Jens Sitt ist wieder aufgestanden. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Also, dass er den Turm verlassen hat und aufgestanden ist. So aufstehen tut er ja häufiger. Wenn er zum Beispiel zum Fenster geht und solche Sachen. Oh mein Gott, die zwei waren da. Und er sieht das Feuer. Alter, wie cute ist das denn? So kam er auch dahin, als sie... Hm. Ja. Ach, sieht so schön aus. Wirklich. Er traut sich nicht. Ah, Sora hat ihn geschubst. Die Frage ist jetzt bloß, erinnerst du dich, Ventus? Erinnerst du dich an alles? Oder er erinnert sich und er akzeptiert es nicht als seine Erinnerungen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ach, der Turm. Ja, aber ohne, dass sie es wissen, waren Sora und Kairi bei diesen wichtigen Momenten scheinbar alle da. Hi, Eiser. Die Turmkante wird jetzt verdammt voll. Das ist aber auch die größte Bank in Twilight Town. Sorry, der Witz musste sein. Sind sie hier auch? Ja, tatsächlich, sie sind noch ein Stück höher. Ja, da sind sie... Ah, sie haben... Okay, das heißt, sie haben den Körper hergerichtet, dass er für Namine passt. Und dann hat Sora was bei Kairi gemacht, dass Namine aufwachen konnte. Okay, das ergibt Sinn. Ja, und er holt sie jetzt ab. Ich frage mich, ob das jetzt bedeutet, dass sie geschippt werden oder nicht, offiziell. Ich hoffe nicht, weil ich finde, sowas sollte man ein bisschen offen lassen für die Fans. Gerade bei so einer Community wie Kingdom Hearts, wo jeder mit jedem geschippt wird und das drollt mal. Oh, und jetzt kommt Don't Think Twice und der Sonnenuntergang und die Szene haben wir ja auch gesehen und ich habe so die Befürchtung, dass ich gleich wieder flanne. so ein bisschen... so ein bisschen... Donald... Oh Gott, mir kommt schon Pipi in den Augen. Oh Gott, gleich passiert das, oder? Das ist furchtbar. Oh. Oh, sie halten Händchen. Das ist immer wieder so süß. Ich frage mich immer noch, was er ihr gesagt hat. Sie weint. Das ist so unfair, dass du nicht da bist. Ja, das ist dieser Preis, den er gezahlt hat, hm? Er darf nicht da sein. Alle anderen dürfen da sein, nur er nicht. Das ist echt... Mann! Jetzt, wo man so diese andere Seite gesehen hat vom Finale, mehr oder weniger, weil im Prinzip ist es ja jetzt so, so wie ich jetzt Remind verstehe. Es ist für mich noch ein bisschen verwirrt. Ich werde wahrscheinlich noch die Cutscenes über und über und über und über und über angucken, bis ich alles verstehe. War bei Dream Drop Distance übrigens nicht anders. Es hat ein bisschen gedauert, bis das alles so klack gemacht hat bei mir. Weil Kingdom Hearts ist wirklich kompliziert. Wenn man sich das das erste Mal anguckt. Wenn man dann ein bisschen häufiger guckt, vielleicht noch mal ein paar andere Interpretationen liest und sowas, dann wird es mit der Zeit immer ein bisschen klarer, was eigentlich da versucht wird zu erzählen. Also so wie ich Kingdom Hearts 3 Remind jetzt verstehe, ist es so, dass Sora nach dem Ende von Kingdom Hearts 3 in die Final World ist. Und gesagt hat, ich will Kairi retten. Chirishtin meinte, du hast ein Tabu gebrochen. Und wenn du das jetzt nochmal machst, beziehungsweise, oder er bezahlt ihn so oder so schon und er hat jetzt einfach nur noch Kairi on top genommen. Das ist so dieser Punkt, den ich nicht verstehe. Ich gehe jetzt davon aus, dass er Kairi on top nochmal genommen hat. Dass er gesagt hat, ich habe jetzt eh schon alle anderen Herzen gerettet, dann kann ich auch noch Kairi retten. Und bezahle dann den ultimativen Preis. Und er ist dann zurück als eine Art zweiter Sora und ist dann durch die ganzen Herzen gejumpt. Er hat aber parallel in sich selbst, in Anführungsstrichen, das Finale weiter miterlebt. Hat somit in das Schicksal eingreifen können. Und hat dann darüber, dass er eingegriffen hat und dann halt auch diese ganzen Extrakämpfe gemacht hat und sowas, sozusagen die andere Seite des Finales gezeigt. Zum Beispiel mit dem, was haben die Hüter gemacht, während Sora in Scala war. Was ist vor Scala et Kailum passiert? Beziehungsweise in diesem Zwischending. Ich kann verstehen, dass das in einem DLC extra war. Ich kann es verstehen. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn es ein Base Game gewesen wäre, weil so wird das ganze Finale ein bisschen runder, sage ich jetzt mal. Und ich warte jetzt tatsächlich auch noch mal ab, wie sich der, wie sich die anderen Elemente von Remind weiterentwickeln. Das ist ja jetzt nur die Remind Story. Es gibt ja noch mehr. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Die Frage ist bloß, wie schnell ich da Parts zusammenkriege. Wegen der Data Battle. Weil ich weiß, es kommen Data Battle vor. Ich weiß jetzt nicht, ob die verpflichtend sind oder optional. Wenn sie optional sind, gut. Wenn sie nicht optional sind, dann... Moment, wieso ist hier das Bild flippt? Also wieso sitzt Sora da auf der einen Seite und Kairi auf der anderen? Das verstehe ich jetzt nicht. Also das ist jetzt echt so... Hinter den Kulissen. Oh, jetzt sehen wir die Stelle noch mal mit dem Luxu-Reveal. Das war ja auch so ein Ding in Kingdom Hearts 3, was mich doch sehr geschockt hat. Also ich bin mal gespannt, wie der andere Content ist. Und danach werde ich vielleicht noch mal meine Meinung, die ich beim Ende vom Kingdom Hearts Vanilla in Anführungsstrichen hatte. Vielleicht noch mal ein bisschen revidieren, weil ich hab mich da auch sehr zurückgehalten, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich wollte abwarten, was Remind am Content ändert. Weil Remind ja ein Ersatz zum Final Mix ist. Das ist ja auch so ein Ding. Ja, die Vorteile. Alle außer Ava. Ich frage mich echt, ob wir jemals deren Gesichter sehen werden. Und was da rauskommt. Wenn wir die Gesichter sehen. Und die Musik im Hintergrund ist so gut. Ja, da ist die Kiste. Da ist das Schlüsselschwert. Ich frage mich ja, wie Lushu früher ausgesehen hat. Ich frage mich, was aus dieser alten Form geworden ist. Ja, und da sind die beiden, die in Kingdom Hearts 3 und auch in Remind irgendwie nichts gemacht haben. Ich finde es ehrlich gesagt sehr mysteriös, dass sie überhaupt im Spiel aufgetaucht sind. Ich finde, ich finde, es wäre besser gewesen, wenn sie gegen Ende erst aufgetaucht wären. Jetzt an der Stelle. Das wäre besser gewesen, finde ich. Hm. Ihre eigene Mission. Ja, die Kiste. Ich hoffe, du möchtest lange Geschichten. Ich hoffe, du möchtest lange Geschichten. Ja, und die Kiste ist leider immer noch nicht offen. Ja, jetzt sehen wir wieder die Stelle, wo die beiden in Skala sind. Hm. Ja, Schachmatt. Hm. Neues Spiel. Ich glaube ja immer noch, dass sie damit sozusagen die nächste Saga antisen. Weil die Symbole sind auch die Vorteile, witzigerweise. Hm. Ich bin immer noch gespannt, was da passieren wird. Ob Sora noch Hilfe bekommt oder nicht. Oh, und jetzt sehen wir wieder das Ende mit Shibuya. Gott, dieses Ende. Vor allen Dingen auch die Details, die wir in dem Ende sehen. Ich frage mich echt, was er ist. Ich vermute ja tatsächlich, dass er hier ist, weil er so Reapers-Game mitspielt in irgendeiner Art und Weise. Vor allen Dingen auch mit mit Huey Final Remix, das ja vor einiger Zeit rauskam. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Easter Egg gibt. Falls irgendwas Neues zum Thema The World Into Sous-You kommen sollte. Oh. Oh mein Gott. Das sieht so genial aus. Wirklich. Gott, die Musik und das alles, das sieht so genial aus. Wirklich. Ich frage mich echt, wo sich das hin entwickeln wird, wenn es soweit ist. Ich frage mich auch, wie Riku tatsächlich da hingekommen ist. Ich meine, vielleicht hat er Sora zurückgetraced, in Anführungsstrichen. Ja, und du sitzt auch noch hier. Was mit dir ist, weiß ich auch noch nicht. Okay. Und da ist wieder ein Vollmond. Hm. So, du benötigst einen durchgespielten Spielstand für die nächste Episode. Bitte speichern. Okay, dann nehme ich mal die neun. Und ich werde zur Sicherheit, ach, ich kann nur einen machen, schade. Sonst hätte ich noch kopiert und Limit-Cut-Episode ist nun unter Inhalte zum Herunterladen verfügbar. Hm, okay. Jetzt habe ich hier die Limit-Cut-Episode und dann die eigenen Fotos. Da habe ich ja gesehen, dass Leute versucht haben, so Memes nachzubauen. Das fand ich auch ziemlich cool, aber ich habe da nicht viel gesehen, weil ich hatte Angst vor Spoilern. und ja, ich würde dann sagen, ich werde mal gucken, ich denke, vielleicht gucken wir demnächst noch in Limit-Cut rein. Ich weiß ja nicht, wie viel Story da jetzt noch drin ist, aber wenn die Data Battles nicht optional sein sollten, das weiß ich nicht, dann kann es sein, dass Kingdom Hearts 3 ein bisschen unregelmäßiger wird, aufgrund dessen, dass ich die Data Battles ja irgendwie schaffen muss. Und wir wissen ja alle, wie gut ich bei solchen Data Battles, Secret Bossen und so weiter bin. Nicht sehr gut. Und ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.